An den Aktienmärkten herrscht Hochstimmung. In Deutschland und in den USA notieren die Indizes auf Rekordstand, der japanische Leitindex nicke immerhin auf 21 Jahre hoch. Und angesichts der robusten Weltkonjunktur und der aktienfreundlichen Geldpolitik dürfte dieser Trend noch eine Weile anhalten. Entsprechend furios hat sich das Hebeldepot des Aktionär in den zurückliegenden Wochen entwickelt. Seit dem 25. Oktober ging es um 20 Prozentpunkte nach oben. Rallye bei Infineon, Amazon geht durch die Decke. Zu der starken Perforanze haben vor allem die Hebelprodukte auf Infineon, Amazon und den Nikkei beigetragen. Beim Chip-Hersteller aus München, der vor allem beim Thema autonomes Fahren in der ersten Reihe sitzt, scheint es kein Halten mehr zu geben. Der Turbooptionsschein lag am Freitag bei plus 160 Prozent.